Jetzt, ich grüße euch. Herzlich willkommen zur Eröffnung des... Na okay, Spaß beiseite. Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Meiner Marktplatz. Hallo. Das üben wir noch, aber es ist schon wunderschön. Mein Name ist Till Reunspiegel, geboren bin ich in Kneidling und dreimal getauft. Seit über 668 Jahren ist Till Reunspiegel hier ansässig in Mölln. Kein Mensch wird zu alt, okay. Aber das Gedankengut, der Geist, die Seele des Till Reunspiegels steckt seit dieser Zeit in unserem wunderschönen Ort Mölln. Eines von diesen 668 Jahren, Till Reunspiegel, durfte ich Till sein. Und somit erlebbar und greifbar für alle machen. Es geht weiter. Vor genau einem Jahr, vor genau einem Jahr stand ich da, wo ihr jetzt steht, hier unten vor der Bühne, noch komplett unerkannt, inkognito. Niemand wusste, wer ich bin. Aber es gab erste Zeichen, dass ein neuer Till in Mölln ist. Hickfuit, ich war hier, stand auf den Kärtchen, die auf dem kompletten Möllner Altstadtfest verteilt worden sind. Überall gab es diese kleinen Karten, Anzeichen, dass etwas passieren wird. Die ersten Gerüchte gingen, die durchstart der neue Till sei hier. Und so war's. Heute, seit einem Jahr, darf ich Till Eulenspiegel hier durch die Möllner Gassen schlendern. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ey! Konten aus. Ich durfte bis jetzt wahnsinnig viel erleben. Ich durfte alle Möllner Festivitäten erleben. Ich durfte so gut wie alle Möllner Festivitäten in dieser wunderschönen Kluft erleben, bis auf ein Fest. Das Altstadtfest. Da war ich nur privat. Und just in diesem Moment ändert sich auch das. Ich habe jetzt alle Möllner Festivitäten einmal miterlebt. Und ich glaube, eines kann ich nach diesem Jahr mit Fug und Recht sagen. Ich habe das Gefühl, hier in Mölln angekommen zu sein. Ich möchte mich an dieser Stelle wirklich bei allen bedanken, die mir diesen Einstieg so ermöglicht haben. Egal wo ich hinkam, egal wo ich aufgetreten bin, ob in Kluft oder privat. Ich hatte immer das Gefühl, so gut wie immer das Gefühl, mit wahnsinnig offenen Armen empfangen worden zu sein. Und dafür mag ich an dieser Stelle einfach vielen, vielen Dank sagen. Danke. Applaus 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 Applaus